So, einen schönen guten Tag, ich bin SolidShack99 und ich zeige euch Halo 3 ODST von der Halo Master Chief Collection. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, von den Straßen, von Mombosa. Ja, und da bin ich diesmal mit einem Rookie wieder unterwegs und schaue nach Hinweisen, wo mein ODST-Squad geblieben ist. So, den ersten Hinweis habe ich ja schon gefunden, letztes Mal mit einem Rookie, auch den ersten Ansatz halt gespielt schon. Und da war ich halt mit Bug unterwegs, ja, und da ja nix mehr da ist halt, von der Truppe halt, muss ich jetzt mal schauen, wie es weitergeht. So, mal schauen. Ah, der Navipunkt sagt, ich soll mich dahin bewegen, okay. Okay, er brachte sie die Markierungsanzeige auf ihren Kompass. Ja. Ja, das ist wohl eine kleine Strecke, die ich, äh, äh, ja, überbrücken muss halt. Ich muss irgendwie unterspringen. Nö. So. Ein bisschen dunkel, aber das passt schon. Auch die Musikuntermalung, die gefällt mir wunderbar bei den Teilen. Ach. Nämlich die Gruntstadt überrascht, aber das macht nix. Hm, schrotzente mitnehmen. Hm, schrotzente mitnehmen. Gibt es hier noch was Besonderes, halt? Keep left. Aha. Ah, gut zu wissen. So. Dann Sesam, öffne dich, mal schauen, was mich da erwartet. Oh. 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 Jetzt kommt die Frage, sind die etwa unsterblich? Ich krieg die nicht tot. Okay. Ich hab die irgendwie nicht tot bekommen, nicht. Aber nochmal das Ganze. Okay. Hm, vielleicht doch die Schrotflinte mitnehmen. Ach, war schon. So. Weiter geht's nochmal das Ganze. So. So, der eine ist schon mal weg. So. So. Okay. Okay. Oh, glaub der hat, der Ingenieur hat sich selber in die Luft gejagt. Glaub, das waren auch die Ingenieure. Oh, könnte ich halt nicht retten. Hm, naja. Kann halt mal passieren. So. So. Mal schauen. Aha. Irgendwas ist sie am Piepen, ne? Ach so. Hallo Reisende. Willkommen in Mombasa. Nervös, gestresst. Bitte bleiben Sie ruhig. Schaltkreise geöffnet. Mit voller Stolz. Kann man sie vielleicht ein ziehen? Oh, nein. Hallo Reisende. Die Bombasa Transitbehörde begrüßt Sie in der Kikowani Station. Wie kann ich... Ein Ticket nach Alt-Mombasa, bitte. Hier ist meine Karte. Oh, nein. Doch nicht. Lässt sich zurückverfolgen. Mist. Ich brauche Münzen. Vielen Dank. Wie lautet Ihr Reise ziehen? Magongo. Wenn ich nicht erwischt werde. Hoffentlich. Vielen Dank. Ein Ticket für eine Person nach Magongo. Na los, los. Bitte Tickets nehmen. Halt. Warten Sie bitte. Einsteigen bitte. Zugnummer. Oh, das war knapp. Kommt nach Alt-Mombasa, fährt ab. Nächste Station ist Makupa, Nairobi-Straße, Hope Station und Magongo. Fast geschafft. Fast. Flutheim. Bitte bleiben Sie ruhig. Flutheim. Bitte bleiben Sie ruhig. Flutheim. Der Flucht. Er hat mich gefunden. So, das war eins von diesen Audiodateien halt. Also erfährt man noch bisschen mehr so über den Hintergrund, was geschehen ist und so. Ja, die ganzen Vorfälle halt in der Stadt und so. Finde ich schon sehr interessant gemacht halt. Okay. Dann geht's mal hier weiter. Hier ist zu. Hier geht's mal lang. Hier ist zu. Hier ist nix. War kaputt der Ghost. Was ist denn? Zack. Ne, das ist auch kaputt. Hier war... Hier war... Dann ist hier nix so viel los. Oh, da ist einer. Einer, der ganz allein unterwegs war. Da ist sogar noch ein Grunt. Und dann hat sich hier noch mal gekauft. Du könntest zeigen, wenn sie ruhig hier sind. Nothalt, bitte bleiben Sie ruhig. Nothalt, bitte bleiben Sie ruhig. Nothalt, bitte bleiben Sie ruhig. Virgil, du kannst den Zug nicht anhalten. Hier sind noch mehr Leute. Hör auf damit, Virgil. Was machen Sie denn da? Reden Sie mit dem Zug? Hättest du nicht alle Ampeln auf rot geschaltet, wäre ich gar nicht hier. Umleitung, bitte Vorsicht. Was? Antwortet der Zug Ihnen etwa? Was ist hier los? Sir, das tut mir wirklich leid. Ich wollte bloß die Stadt verlassen. Virgil, ich lass mich einziehen. Achtung, spielende Kinder. Ich bin 19. Außerdem nimmt das UNSC jeden, den es kriegen kann. Genau das hätte Dad auch gesagt. Wissen Sie, der Zug hat recht. Es sterben wirklich viele Soldaten. Das ist kein Zug, sondern eine Stadt. Und zwar eine böse. Das hat früher mal funktioniert, Virgil. Mach die Tür auf. Sofort. Wir lassen uns jetzt raus. Vorsicht. Abfahrt von Hope Station. Verlassen. Hope Station. Virgil, fahrt zur Hölle. Vergiss es. Die Hölle ist zu uns gekommen. Alles klar. So, nochmal ein bisschen mehr erfahren. Man hat auch ein bisschen gehört hier, dass so Allianztruppen oder so gerade reingekommen sind. Und jemand wollte halt von dieser Stadt abhauen. So, hier ist schon mal nix. So. Schrotgewehr. Schnelle, genaue Diagnose. Oder geht zurück. So, dann mal schauen. Komm ich hier rein? Hier komm ich auch nicht rein. Dann muss ich halt eben durch dieses Tor. Erstmal umschauen. Auf jeden Fall ist da irgendwas abgestürzt. Magst du gerne die Gesandte als Versorgung? Eine Drohnenkampfoptik? Mhm. Ich schau mich erstmal noch um, bevor ich da noch... Äh... ...das hier, äh... ...aktiviere. Generat, äh... ...kleine Vorsitzungsmaßnahme. So, mal hier schauen. Ah, anscheinend ist hier nix wirklich. Mal schauen, was da in der Mitte so abgestürzt. Äh... Das sieht halt nach Jäger aus. So, dann mal schauen. So. Hm, du da oben? Hahaha. So. Dann mal... Wir müssen hier raus und eine Verbindung herstellen. Eine unserer Drohnen muss sie gesehen haben. So. Ach, da sind wir schon in der zweiten nächsten Großmission unterwegs. Aber die werde ich dann später spielen halt. Weil das passt so für mich so... ...so ein Konzept so... ...äh... ...Straße von Mombasa, dann richtige Mission. ...wird schon viel netter halt so. ...und jetzt nochmal. am Boden. So, aber hier würde ich mal den Stream abenden, mal. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. War halt diesmal ein kleiner halt, weil die Straße von Mumbasa halt... Es kann sehr voll sein, oder es kann auch sehr... Oder relativ leer sein. Je nachdem, wie man läuft. Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Und tschüss!